Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7902 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ihr Lächeln kann selbst die traurigsten Menschen glücklich machen. Ihr Lächeln kann selbst die traurigsten Menschen glücklich machen. Ich erinnere mich gut, wie schön es damals mit meinen jüngeren Geschwistern war. Ich erinnere mich gut, wie schön es damals mit meinen jüngeren Geschwistern war. Heute ist mein erster Tag in diesem Unternehmen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Heute ist mein erster Tag in diesem Unternehmen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Heute ist mein erster Tag in diesem Unternehmen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Mein Kontostand sieht schlecht aus. Ich muss weniger Geld ausgeben oder mir einen Nebenjob suchen. Ich muss weniger Geld ausgeben oder mir einen Nebenjob suchen. Ziele sind wie Sonnenstrahlen an einem regnerischen Tag. Mit dem erhaltenen Geld bin ich voll und ganz zufrieden. Als Prokurist kann ich das Unternehmen vor Gericht vertreten. Als Prokurist kann ich das Unternehmen vor Gericht vertreten. Als Prokurist kann ich das Unternehmen vor Gericht vertreten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin nicht bereit. Untertitelung des ZDF, 2020